Musik Ich bin Lisabine Fabian, ich bin seit 20 Jahren hier Hebamme im Haus. Musik Also wir arbeiten vor allem im Kreislauf, sind dadurch natürlich für die Geburt zuständig. Seit Neuestem sind wir wieder auf der Station und dann natürlich auch für das Wochenbett zuständig, für Geburtsvorbereitungskurse und auch für die Rückbildungsgymnastik und Rundumversorgung. Wir haben seit Herbst 2016 insgesamt drei neue Kreißsaalbereiche, die sich durch modernes Ambiente auszeichnen, mit sehr, sehr guter Technik ausgestattet sind, im Sinne von modernsten CTG-Überwachungseinheiten, aber auch genauso gut Entspannungs- und Entbindungswannen, Sprossenwandbereiche, Entspannungsseile, die also ebenfalls genutzt werden können, sodass also unsere Kreisenden, unsere Schwangeren, die sich unter der Geburt befinden, jegliche Art von Entspannungsoptionen nutzen können, unter der Prämisse der Sicherheit für Mutter und Kind. Also ich bin jetzt in der 38. Schwangerschaftswoche, das heißt in ca. zwei Wochen kommt mein zweites Kind zur Welt. Ich habe mich für das Krankenhaus entschieden, weil mein erster Sohn hier schon zur Welt gekommen ist und ich da sehr zufrieden war und für mich eigentlich das Feststand, dass ich das wieder hier machen werde. Wir haben als Perinatalzentrum Level 1, Zentrum der Maximalversorgung, natürlich einen hohen Anteil an Risikoschwangerschaften und Risikogeburten zu betreuen. Wir sind trotz allem immer bestrebt, möglichst die natürliche Geburtshilfe zu favorisieren oder zu präferieren. So natürlich auch die Geburt via Naturalis bei Poleinstellungsanomalie, bei Beckenendlage. Im Falle einer Komplikation oder wenn ein Notfall eintreten sollte, haben wir als Besonderheit unseren roten Notfallknopf, der gewährleistet, dass alle aus dem Haus, das heißt die Anästhesie, die Kinderkrankenpflege und natürlich auch die OP-Schwestern innerhalb von wenigen Minuten hier oben bei uns im Saal sind. Dadurch, dass wir in unserem Zentrum alle Kliniken haben, entsteht eine schnelle Kommunikation und wir holen hier die Spezialisten, um eine suffiziente Aufklärung für die werdenden Eltern zu leisten und weiterhin, um eine nahtlose Versorgung des Kindes zu gewährleisten. Was besonders auch in dieser Klinik ist, ist die Bonding. Das unterscheidet uns auch von den anderen Krankenhäusern, dass die Kinder schon während der Operation einen guten Kontakt, engen Kontakt mit den Müttern haben. Das heißt, wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Mütter von dem Kind nicht getrennt werden. Also wir bieten jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat einen sogenannten Infoabend an. Wo wir unser Konzept der familienorientierten individuellen Geburtshilfe präsentieren können. Im Anschluss an unseren kleinen Vortrag gibt es die Gelegenheit, die neuen Kreißsaalbereiche zu besichtigen, beziehungsweise auch ein oder zwei Zimmer auf der Wochen- und Neugeborenenstation vor Ort in Augenschein zu nehmen. Täglich begrüßen wir die Kinder hier im Kreißsaal als neue Erdenbürger. Aber auch neue Generationen im betreuenden Personal sind bei uns zu verzeichnen. Wir haben einen Wachwechsel in der Pflegedienstleitung. Wir haben jetzt unsere Frau Nicole Rostalski als neue leitende Hebamme. Unser Team legt besonders großen Wert auf eine familienorientierte Geburtshilfe. Das heißt, der Partner ist bereits im Vorgespräch anwesend, begleitet seine Frau auch unter der Geburt und hat dann auch die Möglichkeit, im Familienzimmer auf unserer Wochenstation gemeinsam die ersten Tage und Stunden mit seiner Frau und mit seinem Neugeborenen zu verbringen. Die Schwangeren und werdenden Eltern nehmen ja im Normalfall schon relativ frühzeitig Kontakt zu unserer Klinik auf, nämlich im Rahmen der Pränataldiagnostik. Das heißt also die vorgeburtliche, vor allen Dingen Ultraschalldiagnostik, die wir bei uns in den Ambulanzbereichen einbieten. Dann geht es über zur Klinikanmeldung, wo auch nochmal ein Ultraschall gemacht wird, das Gewicht des Kindes geschätzt wird, geguckt wird, ob alles in Ordnung ist und dann eben die eigentliche Geburt mit der Betreuung im Wochenbett auf der Wochenstation für die Tage nach der Geburt. Ich lasse das eigentlich wirklich auf mich zukommen und in der Situation, denke ich mal, entscheidet man dann wahrscheinlich instinktiv auch das Richtige, was einem in dem Moment gut tut oder was für einen angenehm ist. Es waren ganz nette Hebammen, sehr, sehr fachlich affin und wir sind da durch das komplette Team, also Kreißsaal-Team, Ärzte-Team als auch Schwestern-Team hier auf der Station sehr gut aufgenommen worden. Das ist eben hier wirklich schön, modern, alles neu und man fühlt sich gleich wohl. Das ist alles freundlich gestaltet, also das, ja. Ich finde das unheimlich spannend, auch jetzt noch nach 20 Jahren, wie ein Kind auf die Welt kommt und betreue das gerne. Danke, Herr Gernack.